Wuhu! 32 Minuten PowerNap mit Hintergrundmusik und der Tag gehört wieder dir. Hey, ich bin Matthias Schwemm, Selbstbewusstseins-Trainer seit über 24 Jahren, Begründer von HypnoKing und es ist ein offenes Geheimnis, fast täglich PowerNap auch ich, seit meinem 15. Lebensjahr und von daher weiß ich um die durchschlagende Wirksamkeit dieser PowerNaps. Ja, damit du diese PowerNap und über 100 weitere PowerNaps jederzeit bei dir hast und sie sogar ohne Internet verwenden kannst, geh mal ganz schnell auf schlafquickie.de und sichere dir auf schlafquickie.de deinen dauerhaft gratis Zugang, solange diese Chance noch besteht. Und jetzt ganz viel Spaß beim Weckdösen, beim deine inneren Akkus aufladen, und beim mit einem Lächeln im Gesicht wieder zurück in die Gegenwart kommen, wünscht dir Matthias Schwemm. Du hast jetzt 32 Minuten für dich Zeit. Wunderbar, lass einfach für diese 32 Minuten alles los. Du weißt, dass du mit aufgeladenen Akkus wieder leistungsfähiger sein wirst. Lass einfach los. Gedanken, die dich beschäftigen, kannst du beispielsweise mit einem magischen Stift auf eine schöne Wolke schreiben und ziehen lassen. Sollte dich etwas festhalten oder belasten, kannst du dir ganz einfach vorstellen, dass du für wenige Minuten sozusagen unsichtbar und unberührbar für alles andere sein wirst. Was dich festhält, greift damit ins Leere. Was auf deinen Schultern lastet, fällt zu Boden. Automatisch. Ganz von alleine. Einfach loslassen. Deinen Körper atmen. Wunderbar. Lassen. Ja. Einfach. Wunderbar. Wunderbar. Einfach. Lass auch deine Ohren ruhen. Dein Gehör ruhen. Deine Augen dürfen sich entspannen. Deine Augen decke. Alle Muskeln in deinem Gesicht. Alles darf sich entspannen. Einfach loslassen. Jeder Muskel, den du gerade nicht brauchst, darf sich vollständig entspannen. So können sich deine Akkus gut laden. Einfach. Deinen Körper atmen. Lassen. Neue Kraft tanken. Lassen. Neue Kraft tanken. Lassen. Alles. Alles. Und Altes. Los. Lassen. 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 In dir. Ruhen. Vielleicht sogar das Gefühl des Schwebens haben. In vollkommener Sicherheit dich ganz, geborgen fühlen, getragen von dem, was alle trägt. Wie herrlich! Dieses Loslassen, dieses Entspannen. Einfach so. Einfach. 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 Dir, Deine Energien gehören Dir. Du darfst ganz und gar in Deinem Körper ruhen, ausruhen. Ganz bei Dir sein, ob Du meine Stimme hörst, oder Deinen Gedanken folgst, oder ganz woanders bist. Herrliche Entspannung. Einfach sein. Du bist Ruhe. Gelassenheit. In einer Oase der Entspannung. Erfrischung. Vielleicht sogar ein wenig wie neu geboren. Einfach ziehen lassen. Alles ziehen lassen. Du schaust der Karawane nach. Die Gelassen. Ihren Weg geht. Entspannt. Wie im Traum. Oder ist es jetzt? Eine Fata Morgana. Eine Luftspiegelung. Ganz gleich. Entspannung. Ruhe. Wie ein Mini Wellness Urlaub. Am sichersten Ort. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. In Deinem Körper kannst Du Ruhen. Ausruhen. Kannst Du Dich ausruhen. Sicher fühlen. Kannst Du Dich sicher fühlen. Können sich Deine Zellen ganz von alleine. Mit frischer Energie versorgen. und Deine Akkus aufladen. Und Deine Akkus aufladen. Entspannung. Tanken. Entspannung. 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 Alles andere ziehen lassen. Gelassen. Einfach gehen lassen. Ziehen. Lassen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017